Let's play some games, weil Zocken geil ist. Und, ja, weiß gar nicht, wie viel brauche ich noch mal, 1,5? Oder war es noch, glaube ich, einer? Ich glaube, noch einer. Okay, aber hoch. Trink noch ein Schlückchen Kaffee. Da, stell die da sehen. Was ist das? Hm. Das Schloss. His heart pounding, Mickey raced into the castle hall, only to be met by another of Miserable's illusions, enchanted suits of armor. Nope, not as much. These suits aren't very suitable. Qua? Oh, okay. 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 Ah, ich muss noch zwei weitere Steine führen. Wow, das ist ein Statues. Huh! Ah! 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 Um, ah! Oh! Ah! 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 das um meine Fresse es kann die Klinik aber jetzt weiß ich zumindest wofür Prozent die Schilischoten das Spielkarten sind Für andere Kostüme. Oh, das ist doch nicht wahr hier. Sieht ein bisschen aus wie der Riese. Oh, das ist doch nicht so gut, dass ich das call. Oh, das ist doch nicht wahr. Okay. bicky travel deeper into the castle dungeons he knew he had to get those last two gems as quickly as he could und schon wieder so Ich weiß gleich das Pet durch die Gegend, es ist doch echt nicht wahr. Ja, fortfahren bitte. Also ich habe einen Heidenspaß an dem Game definitiv, aber... Wow, wenn ich das schon vom Zeug starte, sag ich, wow. Ach so, ich will nicht mit Zeitdruck spielen. Ich warte jetzt, warum Zeitdruck? Nun, ich habe am Tag nur zwei Stunden Zeit für Bude aufräumen, LPSG-Sachen, weil dann kommt mein Sonne mal wieder von der Schule raus und deswegen... Mit dem Ilf muss ich schon wieder los, um halt den Kleinen abzuholen. Only to be met by a mother of Miserabelle's illusions, Enchanted Suits of Armor. Nope, not as much. These suits aren't very suitable. Ah, das ist nicht wahr, ja. Vickey traveled deeper into the castle dungeons. Er wusste, dass er die letzten zwei Gems hatte so schnell wie er konnte. Vorwärts zu kommen, muss man manchmal zurückgehen. Das ist wie im wahren Leben. Das war so klar! Das war so klar! Das war so klar! Oh! Oh! Ich weiss echt gleich ins Bett. Ich weiss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wunders in der Treasurerin waren marvellous, aber mit dem 6th Gem Micky begann zu fühlen, dass es vielleicht die Wunders in der Treasurerin Schön, nachdem ich mir schon fast ins Bett gebiss, dabei habe ich es auch endlich geschafft. Ja, das war mein meine eine Woche mit Castle of Illusion. Oh, mein Gott, dieses Ort nicht stoppt, oder? Genau. Aber diese eine Woche mit nimmt jetzt ein Ende. Und zwar danke ich euch dafür, dass ihr eingestellt habt, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr mit mir geflucht habt, dass ihr euch gefreut habt, wenn ihr es geschafft habt, mit mir zusammen. Castle of Illusion ist ein nettes, kleines Spiel. Es ist eine schöne Neuauflage. Mir gefällt die Grafik sehr. Das Spielprinzip, klar, Jump Run ist ehrlich dasselbe, aber es ist trotzdem ein schönes Spiel. Es ist, muss ich sagen, doch es kommt dem Klassiker gerecht. Bestimmt, sicherlich. Aber... Ach, keiner aber. Ich kann nur empfehlen, holt euch, das ist ein Download-Titel. Ich glaube, das gibt es für die PSN, Xbox noch für den PC. Ja, wie gesagt, ist ja PC. Und ja, in diesem Sinne. Tschüss. Bis bald. Und danke fürs Zuschauen. Euer Drakun.